Bevor wir euch töten, möchten wir also noch wissen, wer zum Teufel ihr seid und für wen ihr arbeitet. Ihr wollt wissen, wer wir sind? Ach, also gut, dann werden wir es euch sagen. Wir machen alles, von Haushaltshilfe bis zur Vermissten-Suche. Wer ein Problem hat, ist bei uns richtig. Kennst du einen Detail, kennst du das Ganze. Wir machen alles für Geld. Wir sind die Alles-Agentur Ginchan. In der Zeit des Schwertverbotes sind Duelle sowas von gar nicht in... Gintoki Sakata. Sein Markenzeichen sind seine Naturlocken. Er liebt Süßigkeiten und leicht erhöhte Zuckerwerte im Blut. Er ist sowas wie die Hauptfigur in unserer Geschichte. Shinpachi? Pizza, Hilfe! Shinpachi Shimura. Er hat die Rolle des Widersprechenden. Arbeitet bei Gintoki, um seinen Samurai-Geist aufzusaugen. Ginchan, ich kann sie nirgendwo finden. Kagura. Eine vom stärksten Kämpfervolk im ganzen Universum, dem Geschlecht Yato. Sag mal. Was soll das hier? Sadaharu, Kaguras Haustier. Ein geheimnisvolles Tier aus dem Universum. Das ist nicht wahr! Hallo? Hallo? Geht es Ihnen gut? Sind Sie etwa ein Auftraggeber? Folgt mir! Vielen Dank an die Vorhut. Jetzt lassen wir die Haupttruppe ran. Das ist doch alles Agentur. Sie haben vor, ganz Edo komplett zu vernichten. Sie haben vor, ein Testmal auszurichten. Zu vernichten, du Halskopf! Ich wollte schon immer auf Leben und so kämpfen. Als ob du eine Herausforderung wärst, so ein kleines Testfläschchen. Du verdammt! Kuntur! ihr könnt. Untertitelung des ZDF, 2020